Ja, guten Tag! Mein Name ist Helge Schneider, Doktor Helge Schneider und ich heiße Sie, willkommen zu meiner Sendung The Big Thing Night. Die lange Nacht des Big Thing. Es geht um viele besondere Erfindung der Menschheit und zwar die ganze Nacht. Ich bleibe extra auf und jede Stunde werden wir uns sehen oder jede 40 Minuten, je nachdem. Und zuerst möchte ich etwas ganz Besonderes hier als erste Nachtsendung bei The Big Thing das Hühnerei vorstellen. Es ist eine Erfindung aus dem Jahre 300.000 vor 1000. Das Hühnerei wurde damals noch nicht gestempelt. Hier ist Stempel von der Stempeluhr drauf. Das heißt, das Huhn wird praktisch abgestempelt und das Ei auch. Das gehört dann zusammen. Das ist dann das Ei und das Huhn, das nennt man Nummerngleich. Das heißt, das Huhn hat dieselbe Nummer wie das Ei. Dann weiß man, aha, wenn man das Ei isst, aha, Gertrud hat es gelegt. Das wäre dann das Huhn. Nun gibt es heute so viele Milliarden Hühner, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und es gibt so viele Eier dann jeden Morgen auf den Frühstückstischen der ganzen Welt in den Eierbechern, dass man eigentlich da gar nicht mehr viel Worte von ihnen braucht. Und das war es auch schon wieder. Ich sage mal Tschüss, macht's gut, bis gleich, wenn es wieder heißt, The Big Thing, die lange Nacht mit Dr. Helge Schneider.